Ja und damit Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Awesome Mods 8 von Minecraft. Ja, wir haben hier ein bisschen zugemacht. Das sieht noch ein bisschen doof aus hier alles. Gefällt mir nicht so wirklich. Ich habe schon Kaffee hier. Kaffee. Ich würde sagen, wir machen das einfach ganz einfach. Wir machen hier einfach nur eine Residenz hin. Wir brauchen ja so oder so welche. Residenz Alternative Level 5 ist das glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Dann müssen wir mal kurz gucken, dass wir die ein bisschen... Ja, so würde ich sagen. Construction. Ja, ja. Ich brauche hier gerade einen Keks. Eben wie auch. Das ist wunderttoll. So, dann machen wir das einmal hier. Ja, hier müssen wir nochmal kurz... Oh, falschen. Gucken. Oh. Ja, das finde ich jetzt schwierig. Ähm... Und weiter, dann machen wir das anders. Dann machen wir das so... Ne, das war richtig. Dann machen wir das so... Hier nochmal irgendwelche davor. So. So, dann geht das nämlich auch. Ja, ich meine Ausblick haben die jetzt hier noch nicht. Ich finde die kleinen Gärten da voll voll süß. So. Dann hätten wir das nämlich da dran. Dann müssen wir hiermit noch weiter nach oben. Ja, dann müssen wir da mal kurz gucken. So. Ich glaube, so könnte man das wohl in Angriff nehmen. Ja. Ich muss der hier auch noch ein bisschen weichen. Ja. Die Schule muss da noch hin. Das Ding muss eigentlich auch noch mit weg. Obwohl, eigentlich könnte mir das auch dahinter stehen lassen. Universität. Da brauchen wir ja noch... Ähm... Warte mal. Wir könnten ja mal kurz gucken. Wie groß ist denn die Universität? Ähm... Wir gucken einfach mal hier. Level 5. Oha. Das ist ja riesig der Teil. Okay. Äh... Warte mal. Erstmal müssen wir rüber. Dann müssen wir das Ganze noch einmal drehen. Wo ist denn der Eingang? Warte mal. Ist da überhaupt ein Eingang? Das sieht nicht aus, als wenn da ein Eingang wäre, oder? Ach doch. Das ist ein Eingang. Wo ist das? Warte mal kurz gucken hier. Wo ist denn hier was? Das ist alles da hinten raus. Das ist auch mal ein Eingang. Okay. Wo ist hier der Eingang? Alles klar. Dann ist es egal, worum wir das machen. Äh... Wie machen wir das denn jetzt am besten? Hier kommt der Weg hoch. Warte mal. Wir machen das mal kurz wieder weg. Hier kommt der Weg hoch. Ich glaube, den Weg müssen wir eigentlich auch bis zum Ende gehen. Dahinter machen wir auf jeden Fall noch ein paar Häuser hin. Ja, das Ding ist giesig. Das Ding müssen wir hier hin machen. Da nützt alles nichts. Und dann muss da noch eine Universität nehmen. Ich bin am überlegen, ob wir die Universität denn dahin machen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal kurz hier ein bisschen Weg machen. Haben wir da schon Treppen hingesetzt? Da haben wir schon... Oh! Da haben wir schon Treppen. So... Dann hier noch. Und dann könnten wir... So machen. So... Und... So... Ja, ich glaube, wir müssen das aber erstmal... Wir müssen weiter ausbauen. Ich muss ungefähr wissen, wo der Weg lang kommt. So... Dann machen wir hier... Hier... Obwohl wir könnten eigentlich auch gleich noch einen höher gehen. So... Ja... Jetzt können wir ungefähr sehen, wo der Weg lang kommt. Eine Bücherei... So... Ne... Die Bücherei muss immer auf Level 5... So... Die Bücherei muss erstmal... Ja... So... Einer ist da jetzt von weg... So... Zwei würde ich sagen, würde ich nochmal zurück machen. Dann hängt er dann ein bisschen in der Luft. Und dann müsste ein bisschen was weg. Alter... Bis zum Rand geht der. Ja wie ist es? Eigentlich müsste der... Da muss ein bisschen Berg weichen, würde ich sagen. Äh... Machen wir einfach mal. So... Ja... Das... Da muss ein bisschen weg, muss weichen. Da kommen wir gar nicht drum herum. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal... Wo ist denn hier der Eingang? Und... Aber... Dieser wird... Oh Gott... O Gott... Alles klar. Wir hätten ihn ge__ müsslкив lassen müssen. so warte mal durch riesen ja ja ich fühle mich doch lieb ich habe dich auch wirklich so so durchfriesen da kommt sowieso gleich durchschule und ist auch zu sehen das ging ja vielleicht müssen wir doch mal ein bisschen und wie tief müssen wir denn auf dieser höhe müssen wir den weg eigentlich machen das heißt die hier müssten beide weg ja wo bist du schnauze jetzt ach da kann ich mal kurz kaffee nebenbei trinken wundervoll stirb super das war vielleicht ein bisschen viel ich glaube das sieht nachher richtig aus wenn man das überall rein baut aber ist nun mal jetzt so kann man jetzt mal nix dran machen ist ja irgendwo müssen wir langsam anfangen hinten hin müssen gleich mal kurz gucken das am besten machen wir müssen ja auch noch häuser zwischendurch machen damit gegen mich auch daher hinkommen so eigentlich auch dicht machen damit dann haben wir hier schon mal den weg auf jeden fall ist einigermaßen fertig müssen wir dann mal kurz gucken dass wir hier auch noch ein bisschen Gras und sowas sehen so gehen wir mal rein ja riesige Berge nehmen wir an keine ahnung das war jetzt nicht wirklich hübsch aber kann man sich nicht drüber streiten ja so ja Das sieht doch schon mal gut aus würde ich sagen. Ja, da müssen wir nochmal nacharbeiten, das geht so nicht, das sieht gut aus, einigermaßen kann man sich drüber streiten, so dann müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie die Universität nebenan bauen, das wird noch mal ultra schwierig, nein, Universität auf Level 5, dann müssen wir mal gucken, wo zum Henker hier der Eingang ist und wie groß das Ding ist, natürlich ist das denn groß, ähm, ist hier irgendwo ein Eingang, ist hier ein Eingang, nope, das heißt, wir müssen das Ganze noch einmal, ist das der Eingang, bist du der Eingang, du bist der Eingang, ja gut, dann müssen wir dich einmal, äh, hier vorne hin holen und einmal runter, damit wir wissen ungefähr auf welche Höhe wir das haben müssen, zwei weiter nach hinten würde ich sagen, ja, der ist da ordentlich schon reingepriemelt, warte mal, wir machen mal, wir gucken erstmal so, dass wir hier alles wegmachen, vorsichtig damit wir hier nichts kaputt machen, ein bisschen weiter müssen wir glaube ich noch, oh, okay, wir müssen anschauen, dann müssen wir weiter, äh, wo haben wir denn den Weg, der Weg geht da lang, na gut, wir müssen da ja sowieso noch ein bisschen was wegreißen, das heißt, bis dahin müsste das eigentlich Minimum sein, äh, ja, das wird jetzt noch weichend dauern, okay, ich glaube, die Erde, die können wir hier schon mal einigermaßen wegmachen, so, komm auf, machen wir hier einmal, so, wunderbar, das sieht schon mal gut aus, müssen wir nur noch gucken, ja, könnte schlimmer sein, ich meine, die ist jetzt echt übel da reingebaut, oh, die können auf jeden Fall nie mal rausgucken, haha, dann könnten wir vielleicht auch nur zusehen, dass wir hier vielleicht noch ein Haus zwischensetzen, oh Gott, das sieht, ähm, das sieht katastrophe aus, äh, sieht man nur noch das Dach, eigentlich müsste der Berg ganz sogar weg, so, dann machen wir hier mal kurz ein bisschen hübsch, so, ich hab gesagt, dann wird alles weggemacht, jetzt hängt da so ein Ding dazwischen, schön, dass ich auch gegen Wände gucke, okay, wir machen dann nochmal ein Haus dazwischen, eine Residenz brauchen wir, eine Residenz, äh, die hier auf Löffel 5, okay, äh, warte, das ist denn jetzt ganz sogar weggemacht, ich wollte nur gucken, wie rum das denn gehört, äh, äh, ich würde sagen, so geht das auf jeden Fall, das war zu dicht dran, verdammt nochmal, oh, das war eindeutig zu dicht dran, Mist, ich hätte einen weiter zurück machen müssen, denn wäre es perfekt gewesen, äh, kann man eigentlich hier, wenn man das auf Dings macht, wegmachen, wenn ich da jetzt sage, hier, das kann man anscheinend nicht, dann müsste ein weiter nach hinten, äh, äh, und ich glaube nicht, dass hier noch ein Haus dazwischen passt, oder? das wäre noch was, wenn man hier so drei Häuser machen könnte, Universität, oh, schon fertig? Wow, okay, das ist alles irgendwie, ja, es muss weiter zurück, sonst nützt alles nix, wir müssen das wieder abbauen, so, ich habe das doch auch vorher gesehen, warum mache ich das denn nicht gleich richtig? So, dann müssen wir das hier ein bisschen, na, so, alles abbauen, 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 das ist schön, dass er das ganz gerne möchte, aber wir müssen auch mal gucken, wo wir den ganzen Mist hier hinbauen, Irgendwo muss das ja auch noch alles hin, so, ihr Lieben, ich will euch jetzt nicht damit nerven, dass ich hier gerade Demontage mache, Wir sehen uns denn in der nächsten Folge. Tschüss!